Schreck war ein Merinoschaf in Neuseeland, das landesweite Bekanntheit erlangte. Schreck war eines von 17.000 Schafen auf einer 11.000 Hektar großen Farm in Tara. Ihm gelang es bis 2004 sechs Jahre lang, dem Scheren zu entgehen, indem es sich in Höhlen versteckte. Fernsehübertragungen seiner Ergreifung und der anschließenden Schur, die ebenso live übertragen wurde, brachte ihm enorme Popularität ein. Als es geschoren wurde, kamen 27 Kilogramm Wolle zusammen. Im Mai 2004 traf es im neuseeländischen Parlament mit Premierministerin Helen Clark zusammen. Durch Tourneen verdiente sein Besitzer John Perry am Pro-Auftritt 16.000 Neuseeland-Dollar. Insgesamt spendete er von den Einnahmen rund 150.000 Dollar an die neuseeländische Kinderkrebshilfe. Ferner wurde Schreck Hauptfigur mehrerer Kinderbücher. Am 6. Juni 2011 wurde es auf tierärztlichen Rat hin eingeschläfert. Schreck steht heute ausgestopft im neuseeländischen Nationalmuseum von T.E. Papa. Schreck steht heute ausgestopft im neuseeländischen